Profil das Bayerische Genossenschaftsblatt bei der VR-Bank Mittelfranken-West. Das Kreditinstitut hat seine Hauptgeschäftsstelle modernisiert und wie Kunden und Mitarbeiter profitieren, erklärt der Vorstandsvorsitzende Dr. Gerhard Walter. Unsere Kunden finden ein modernes, helles und transparentes Bankgebäude vor, wo eine optimale Beratungssituation im Mittelpunkt steht. Das heißt, die Beratungszimmer sind alle gleich ausgestattet, vermitteln Heimatatmosphäre und sind auf höchstem technischen Niveau. Dazu kommt eine ganz tolle Kundenlounge mit einem entsprechenden Empfang und Begleitung unserer Kunden in die jeweiligen individuellen Beratungssituationen. Und das Ganze auf höchstem technischen Niveau. Uns waren zwei Dinge sehr wichtig. Zum einen wollen wir Heimat vermitteln. Als regionale Genossenschaftsbank geht es uns darum, dass unsere Mitglieder und Kunden spüren, hier kann ich meine finanzielle Heimat finden. Das heißt, alle Zimmer sind mit Bildern und Motiven der Stadt Ansbach ausgestattet. Und das Zweite, was uns sehr wichtig war, war natürlich eine wertige Atmosphäre. Das bedeutet, alle Zimmer sind auf gleichem Niveau. Wir machen keine Unterschiede. Jeder soll die Möglichkeit haben, eine gleiche Art der Beratung zu bekommen. Und deshalb ist die bauliche Wertigkeit mit schönen Bildern und einheitlichen Farblinien und einem hochwertigen Design die Grundlage für diese Art der gleichartigen Beratung. Und dann ist die Bauliche.